Hallo Krauserlocken, ich bin's, Eure Esther. Ich bin ganz schön aufgeregt, weil heute kommt das Fernsehen zu uns, zu mir. Wir machen einen Beitrag über krauserlocken.de und ich mache jetzt hier so einen kleinen Backstage-Bericht, wie wir uns darauf vorbereiten und wie aufgeregt wir sind. Gleich kommt die Barbara und los geht's! Da kommt jetzt die Barbara. Hallo! 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 Ich mache eine Backstage-Reportage. Hallo! 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 Hier sind Barbara und Esther und wir sind total... Warte! Wir sind total aufgeregt! Warte! 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 Ich komme ins Fernsehen! Jetzt kurz bevor wir mit Krauslocken-Fanningchen... Ich finde es sehr gut! Ja und ähm... Warte! 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 Jetzt muss ich... Mich aufgeregt! Ja! Das Ding war seltsam! Hallo! Haha! Hallo! Oh, hallo! Ciao. Ciao! Oh! Oh Ivan... Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020